Und die rechte Seite sind ja auch nur von da unten die zwei. Ich bin nicht noch. Hat sie nicht zweimal gesagt? Achso, der ist gerade am sterben. Sehr schön. Jo, da liegt er ja auch eigentlich schon. Ah. Gegen den da oben kann ich nicht wirklich viel machen. Falsch. Wollt ihr schon jetzt machen? Offenweise. Du gehst. Wieso bitte? Bei dir similieren wir, wenn du mit dir zählst. Im Moment zählt, das ist ja nicht recht gut. Bei ihm muss man hoffen, dass er in die Richtung kommt. Ähm. Ja. System Prime. Ich will auf jeden Fall den Shotgun-Typen nahe daran machen, weil wenn der Gegner um die Ecke kommt, ja, mit Shotgun-Auto-Win. Was klingt wie ein echter Hacker, nicht? Ah, gut. Heute ist an der Stelle noch einer und bei dir machen wir Cancel Aim. Und gehe erst mal dahin. Ja, er bleibt auf jeden Fall so. Egal was hier durchkommt, der müsste schon ganz außen rum. Was passiert denn, wenn er dorthin nicht so dahin geht? Falls irgendwer weiß, wie man sich auf Busy stellt, sollst du mir verraten. Okay, das reicht schon mal nicht. Hm, wieso kann der denn nicht auf den schießen? Nein, Squeeze Goblin. So, du gehst dort. Ja, ich mach's. Das ist blöd. Bei normalerweise würde ich sagen, der kann auf jeden Fall auf ihn schießen. Vielleicht fängt der gleich noch an, darum. Ich gehe zur Sicherheit dorthin. Zähle in die Richtung. Drei Runden wären das. Sechs muss ich aushalten. Falls ich nicht bis dahin alle Gegner töte. Was bei meinen Fähigkeiten absolut zu erwarten ist. Okay, sowas war ja fast zu erwarten. Du gehst erstmal nach hier unten. Ziel so. Stopp. So, cancel rein. So, jetzt muss man nämlich simulieren, was passiert, wenn er in voller Geschwindigkeit dort hinbekommt. Komm. Ich hab ein Problem. Gut. Gut. Ich muss einfach nur so in Stellung sein, dass ich den ersten Schuss abgeben kann. Dann sollte eigentlich der Raum sicher sein. Egal, was da um die Ecke kommt. Ah, er hat... Ah, er hat... Okay. Ich dachte nur nicht den Raum betreten, aber... Er hat erst darauf... Ah, er hat auf den Typen geschossen. Ah, mein Plan war... Lückenlos bis auf diese Lücke. Das Spiel ist gar nicht so leicht. Aber ich hab ein tolles Achievement dafür bekommen. Okay. Ähnlicher Aufbau. Der Typ steht mal ganz ab vom Schuss. Ich hab ein bisschen... Ups. Was macht der hier hinten? Sieht mich schon da gar nicht. Doch, da sieht er mich. Frodo, nein. Geh lieber dorthin. Du bist toll. Gott, das sollte sicher sein. Du gehst mal bitte ins Fenster und fuchst raus. Du gehst diesmal hier hin. Jetzt hier in die Richtung. Mir gefällt gar nicht, wo der Shotgun-Typ ist. So richtig mieser Weg auch. Ich meine, im oberen Viertel nur kleine Gänge. Alles hier total leicht durchzukommen. Gut. Erster Zug war mal wieder richtig gut. Entscheidend wird sowieso 1 und 2 sein. Ähm. Ja. Das bringt viel. Ohne Gegner-Movement. gut. Gut. Die Richtung sollte ich geschützt sein. Was passiert, wenn er das macht? Gut. Gefällt mir. Und viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und die anderen 3 brauchen mich erstmal nicht interessieren. Oh, wieso geht der Gelbe Gelbe da vom Fenster weg? Der hätte den locker töten können. Echt? Okay. Was wäre denn... Einfach nur durchführen. Gleich Problem. Boah, wie soll ich den denn rechtzeitig zur Hilfe dahin bekommen? Jetzt ist wieder das gleich Problem. Der wird jetzt gleich da rumgehen, den rausschalten und ich habe ein riesiges Problem. So, und ja. Entfinde ich, renne jetzt mit ihm los. Da außenrum. Super Aussichten, vor allem, wenn da hinten noch einer steht. Ich meine, er wird vermutlich einfach durchrennen. Da rum. Hilft das für nix. Und wenn er doch vor dem Fenster da oder der Öffnung stehen bleibt, schreie ich. War so laut. Alles nur, weil der Typ total versagt hat. Was macht dieser Typ da hinten? Super, ich kann meinen, meine beste Waffe kann ich nicht in die Nähe bekommen, weil er da spawnt. Ah, ich hoffe, ihr seht mal den Maustreiber. Ich fände mir gerade mal so auf. Sollte der eigentlich. Das ist doch ein Scherz. Kann ich den überhaupt gut mit ihm bleibt ja fast nix anderes übrig als dort hinzugehen, schießen und Besthofen. Nein, Papi, auch mit dir will ich nicht spielen. So. Was ist der eine Typ da in die Schussbahn auch gerannt? Das kannst du noch mal. Ich bewege mich noch etwas weiter in die Ecke, aber letzten Endes warte ich dort eigentlich nur, dass die Gegner um die Ecke kommen. Sehr schön. Oh, ist schon vorbei. Na gut, ich hätte einen noch erwartet, mit dem wäre ich hingegangen, hätte darunter gezählt und das ist doch nicht komplett. Du gehst dort und siehst in die Ecke und du gehst bis dort und siehst da und die Einzige frei ist ja, ob er den zu retten hat. Sollte er so nicht. Wenn er doch wieder erst den Hacker tötet, dann bin ich echt sauer. Gott, dieses Spiel ist zu hart für mich. Ist aber auch unfair. das sieht schon besser aus. Ihm bewege ich und dorthin ignoriere ich jetzt einfach. Ja, von dort hat man auch kaum einen Schusswinkel, das heißt, ihr müsst dorthin. Das kann ich ignorieren und mit ihm dann gehe ich dort. Das gefällt mir schon viel besser. das geht ja. Ja, das geht ja. Das geht ja. Vielen Dank.